Mein Name ist Hermann Haller. Ich bin einer der Geschäftsführer der Biogasanlage in Ronnenberg, der sogenannten Biro. Die Biogasanlage in Ronnenberg ist eine der ersten Anlagen, die das produzierte Biogas direkt aufbereiten lässt und in das Netz der Stadtwerke Hannover einspeist. Wie lange machen Sie das schon? Die Anlage ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre in Betrieb, hat eine Leistung von circa 1,3 MW und die Anlage wird betrieben von fünf Landwirten, die alle gleichberechtigt an dieser Anlage beteiligt sind. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Hannover? Mit den Stadtwerken Hannover ist das ein wunderbares Zusammenarbeiten, wobei wir beide zuerst lernen mussten, miteinander umzugehen. Das hat damit zu tun, dass wir fünf Landwirte von vornherein entscheidungsfreudiger waren und vor allem wesentlich kürzere Entscheidungswege hatten. Bei den Stadtwerken gibt es viele Gremien, die durchlaufen werden müssen und wir wurden in den Verhandlungen von den Stadtwerken häufig für unsere schnelle Entscheidungsmöglichkeit beneidet. Profitieren die Stadtwerke Hannover davon, von dieser Kooperation mit Ihnen? Die Stadtwerke haben einmal den Vorteil, dass sie dieses Biogas als nachwachsenden Rohstoff verbrauchen oder einspeisen können. Das ist marketingmäßig für die Stadtwerke natürlich eine tolle Sache, aber insgesamt glaube ich, sind wir rundherum zufrieden und profitieren alle davon. Letzte Frage, hat Biogas Zukunft hier in Ihrer Region spezifisch? In unserer Region wird Biogas, vor allem Biogas aus nachwachsenden Pflanzen, nicht aus Güllebereichen, sondern eben als nachwachsende Pflanzen auf jeden Fall Zukunft haben.